Hey Leute, ich bin's, Mike Pevereig. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr alte Programme und auch Spiele über Windows 11 spielen könnt. Wie zum Beispiel hier FIFA Zocker 98, das ist damals für Windows 95 und Windows 98 konzipiert und lässt sich natürlich jetzt hier ganz normal einfach über Windows 11 nicht mehr starten, weil es eine völlig veralterte Software ist. Man kann aber die Startdatei hier mit der rechten Maustaste andrücken, auf die Eigenschaften gehen, dann geht man hier im Bereich Kompatibilität rein und sagt Kompatibilitätsmodus, Programm, also in diesem ausführen und gibt jetzt hier das Betriebssystem an, welches damals eben dafür ausgelegt war. In dem Fall war das Windows 95 und ja, was man noch probieren kann, wenn der erste Schritt hier nicht geht, dass man vielleicht noch ein bisschen mit der Bildschirmauflösung und sowas arbeitet, aber in dem Fall müsste das schon gehen. Ich sage jetzt OK, bestätige das Ganze und wichtig, wieder rechte Maustaste und das Ganze als Administrator ausführen und jetzt muss ich kurz warten, er wird es gleich starten. Ich habe das schon bei einigen anderen Spielen gemacht und auch bei Software und ihr seht, eh voilà, da ist das Spiel. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja, Daumen nach oben, bis dann, euer Mac Pabrik.